Von T-Tronic gibt es eine neue Möglichkeit, seine Alarmanlage zu aktivieren, sein Auto auf- oder zuzusperren. Zum einen durch das NFC-Modul mittels einer Karte oder mit einem Arnband. Es soll natürlich später auch noch andere Möglichkeiten geben, vielleicht auch mal via Smartwatch oder euer Handy. Momentan, wie gesagt, mit der Keycard und mit dem Arnband. Am besten das neue NFC-Modul hinter der Plakette an der Windschutzscheibe oder an einer der Seitenscheiben festmachen. Und danach könnt ihr einfach durch die Scheibe euer Auto ver- oder entriegeln. Mehr Tipps wie diesen findet ihr auf WOMO-Blog, auf unserem YouTube-Kanal, in Instagram oder auf Twitter. Schaut doch einfach mal rein.